So, wir sind mal wieder auf der Suche nach der Koblake. Bei, grob gesagt, Üngling, Tschernikau, Belkau. Jemand schrieb uns rein, dass wir wohl damals vorbei sind an diesem kleinen Waldbaum-Grüppchen hier und es sind aber keine Grundmauern zu sehen, also hier sieht es aus, es sieht nicht nur aus, hier ist es eine halbkreisförmige Aufschüttung, aber wie gesagt, ohne jedwede Steinreste in getwider Form auch, so ne, hier sieht man, wie hoch ist die, oh, 40 cm, hat eine Breite von 1,50 cm, hier ist so ein ganz kleiner Bereich, ich würde sagen, 10 x 5 Zentimeter. Ja, und wir hatten damals kurz vor dieser Brombeerhecke den kleinen Wolf gesehen, was heißt klein, der war weit weg, und hatten in diesen Wäldchen Mauerreste gefunden, die aber noch gar nicht so alt gewesen sind, und deshalb waren wir uns selber nicht sicher, und jemand gab uns den Tipp in dem Wäldchen, an dem ihr vorbei seid, nun ist das kein Wäldchen. Ja, wir wissen es nicht, vielleicht meldest du dich nochmal, falls du das nochmal siehst, und wir könnten vielleicht nochmal in Kontakt treten, dass das dann wirklich richtig finden. Also von Weitem nochmal das kleine Oval. Oval, man kann sich schon vorstellen, dass hier eine Kirche stand, denn die Kirchen waren ja früher oder Kapellen auch nicht so riesig, sodass das durchaus ausreichend war. Oval. 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 Oval.